Kann losgehen. Barca mit dem Anstoß. Jetzt der Angriff von Barca. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genauso hatten sie sich das auch erhofft. Manu Trigueros. Er zieht ab. Was für eine Rettungstat gehalten. Es gibt hier Gelb und jetzt muss er aufpassen. Ja, sie brauchen ihn vor allem fürs Spiel nach vorne. Timo Werner. Die Gelegenheit. Da ist jetzt alles frei. Er macht ihn rein. Da war alles offen. Da haben sie ihn geradezu zum Tore schießen. Der Schlaftuss ist drin. Werner lauert in der Mitte. Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Er macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon... Ah, super Freistoß. Aber kein Tor. Schade. Was für eine Chance. Viel hat da nicht gefehlt. Jetzt in der Wiederholung sieht man das. Da verlieren sie den Ball. Jetzt die Chance. Drüber, Buschi. Kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt. Das war die Chance, Buschi. Aber macht nichts draus. Nee, und den muss er machen. Das muss er cleverer lösen. Das kann er viel besser. Schöner Balli-Schuss. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Eine Weltklasse-Leistung. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Tor für Barcelona. Da zeigt er, dass ein echter Rückhalter ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance. Per-Hicht. Er schirmt den Ball ab. Ganz lang macht er sich da gehalten.